Die Realität sieht überhaupt nicht so aus, das sage ich euch. Überhaupt nicht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe euch heute schon mitgenommen durch meinen Morgen. Ich sitze jetzt hier ganz gemütlich mit Kaffee. Und zwar haben ganz viele immer geschrieben, Mensch Rebecca, du hast so einen angenehmen, ruhigen Morgen. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal meine Tipps und Tricks, was wir so machen, damit es ein sehr, sehr stressfreier Morgen ist für alle, für die ganze Familie. Ja, wie gesagt, die Kinder sind schon im Kindergarten und in der Schule. Ich habe mir auch gedacht, es gibt auch einige, die mir schon geschrieben haben, Mensch, bei euch ist alles so routiniert. Und daraus habe ich jetzt einfach so einen Rückschluss gezogen, dass es anscheinend bei manchen noch nicht so eine Routine am Morgen ist, beziehungsweise der Ablauf ist noch nicht so zur Routine geworden. Und vielleicht hat das ein oder andere Kind auch noch keine Routine, was nicht schlimm ist. Ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die sagen, nee, also sowas will ich überhaupt nicht. Das kommt, wie es kommt. Wir leben in den Tag hinein, wie wir Lust und Laune haben. Und wenn das für die okay ist, warum nicht? Also finde ich nicht schlimm. Für mich persönlich hat es sich einfach irgendwie gezeigt, dass es für mich und für die Kinder vor allem in einer Routine angenehmer ist, weil man weiß, was kommt als nächstes, man kennt die Abläufe, man ist geübter sozusagen. Und somit ist es dann viel entspannter, ruhiger, schneller und viel entspannter. Es ist nicht so ein Geschrei, weil sie einfach wissen, jetzt passiert das und das. Und man muss nicht immer diskutieren, was wir ja zugute kennen über den Tag hinweg. Das haben wir Mamas ja immer mal wieder öfters täglich rund um die Uhr. Diese Diskussion. Ich will das nicht und ich will das nicht. Ja. Und falls das Kind, falls euer Kind zum Beispiel noch keine Routine hat, da habe ich so ein kleines etwas vorbereitet. Das machen wir eigentlich selber nicht jeden Tag, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Das sind solche kleinen Karteikarten. Das zeige ich euch im Laufe des Videos. Aber ich denke, als Start fürs Kind, um eine Routine zu erlernen, ist das richtig, richtig hilfreich. Und ich glaube, dass man das so zwei, drei Wochen anwenden kann, beziehungsweise benutzen kann. Und dann wird es wahrscheinlich langweilig werden für die Kinder. Gehe ich ganz stark davon aus. Diese Karteikarten sind dann irgendwann langweilig. Aber die Routine hat sich dann verfestigt. Ja. Und das ist ja das Ziel dabei. Wir selber machen das eigentlich schon immer so. Selbst als kleines Baby habe ich schon immer geschaut, dass wir eine Routine haben. Habe das aber auch immer wieder mal angepasst auf die Bedürfnisse von mir. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Man darf sich selber als Mama nicht immer hinten dran stellen. Beziehungsweise man kann es ja schon. Man kann ja schon das Kind als erstes vorneweg stellen und sich aber nicht komplett ausschließen. Also ich habe das auf die Bedürfnisse von mir und von den Kindern immer je nachdem angepasst aktuell. Momentan ist es zum Beispiel so, dass ich überhaupt morgens keinen Sport mache. Im Frühling und im Sommer mache ich morgens wirklich fast immer Sport. Also so ein bisschen, ein paar Übungen. Weil ich das, sei es manchmal, habe ich Lust auf Yoga. Da habe ich auch schon Yoga-Übungen gemacht. Und ich kann das überhaupt nicht richtig. Also ich mache das nur so leidenhaft. Aber jetzt aktuell ist es zum Beispiel, dass ich keine Übungen mache, weil es stockend duster ist. Da habe ich keine Lust. Aber wenn die Sonne schon da ist und ich aufstehe, da bin ich schon so voller Energie, dass ich mir wirklich 10 bis 15 Minuten Zeit nehme und dann ein paar Übungen mache. Und im Frühling und im Sommer, wo man ja eh mehr Haut zieht, ist das ja nicht schlecht. Wenn man ein bisschen straffer ist. So Mädels, ich habe jetzt genug erzählt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen, dass ich das Ganze mit Musik unterlegt habe. Wir sind jetzt mittlerweile alle wach. Die machen da drüben gerade noch Quatsch. Ich wollte einen Tee vorbereiten. Ich mache das total gerne an kühleren Tagen, dass ich so einen Tee vorbereite oder auch am Abend noch mal einen Tee zum Abendessen. Ich finde es irgendwie schön gemütlich. Und ja, ich hoffe, dass es bis jetzt für euch schon ein bisschen inspirierend war. Ich muss aber dazu sagen, ganz ehrlich, es ist nicht jeden Tag so. Wenn ich weiß, dass ich einen Termin habe, dann tue ich schon schauen, dass ich alles vorbereite. Die Sachen bereiten wir eigentlich auch vor, außer es gibt irgendwelche Gründe, dass jemand krank ist und ich im Kindergarten muss. Dann bereite ich aber nicht immer vor das Frühstück auf dem Tisch. Aber es kommt öfters vor. Gerade wenn zum Beispiel ein Termin ansteht oder ich irgendwas Neues ausprobieren möchte zum Frühstück. Dann mache ich das auch ganz gerne oder ich das einfach stressfrei rein möchte, wenn ich mir denke, morgen möchte ich es stressfrei haben. Und bei uns ist es auch schon immer so, dass wir eigentlich immer routiniert am Morgen und am Abend sind, weil ich das für mich irgendwie viel schöner finde, angenehmer. Die Kinder haben eine Orientierung, die wissen Bescheid und die meckern da nicht so viel rum. Also ich finde das einfach viel leichter. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie dadurch schneller, selbstständiger geworden sind. Guckt mal, den Tee habe ich letztens entdeckt. Der ist so süß. Damit wir den Tee jetzt trinken können, manchmal ist es immer so, dass ich so ein Stückchen freilasse und befülle es jetzt kühl. Dann kann man den nämlich schon direkt trinken. So, der Papa ist noch zu Hause. Er putzt gerade die Zähne von der Julia, denke ich. Und ich tue die Brotdosen mal rausholen. Ja, das nehmen wir mit. Da haben wir einmal Kohlrabi, Würstchen und ein belegtes Brot. Auch wenn sie es nicht mag, kriegt sie es immer mal wieder mit. Und ab und zu isst sie ja ein bisschen was. Noch so viel Zeit, dass ich aufräumen kann. Guckt mal, hier ist mein ganzer Sack voller Nüsse im Übrigen. Wein Nüsse haben wir alles gesammelt. So, so viele. Mh, machen wir einen lecker Kuchen. Ich habe auch immer hier für unser Frühstück, wenn wir Joghurt essen, immer so eine Box, wo alles sämtliche an Kernen und etc. drin ist. Können wir gerade noch den Tisch einmal ein bisschen abwischen. Ich tue die Gläser mal so hinstellen, dann kann man die am Nachmittag nochmal nehmen. So ihr Lieben, für uns geht es jetzt in die Schule und in den Kindergarten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es waren ein paar Inspirationen dabei. Wie gesagt, diese Karteikarten nehmen wir aktuell nicht. Ich habe es euch einfach zeigen wollen, weil ich denke, dass es vielleicht auch jemanden hier gibt, der hat ein älteres Kind und das Kind hat vielleicht noch keine Routine, weil sie das früher einfach ohne gemacht haben, also den Morgen ohne Routine gestartet haben und sich jetzt gedacht haben, okay, jetzt könnte ich mal eine Routine machen, wäre vielleicht doch schöner, gerade für die Schulkinder, denn die Zeit ist ja knapp. Und man muss auch dazu sagen, der Morgen ist schon nicht jeden Tag gleich, was natürlich bei mir persönlich immer gleich ist. Wir stehen auf, wir machen uns fertig, ziehen uns an, wir frühstücken und putzen danach die Zähne, Hände waschen, raus sozusagen. Allerdings ist ganz oft, weil wir schon so routiniert sind, Luft und in der Luft tun wir kuscheln oder die Kinder spielen nochmal was. Ich mache auch schon mal ein paar Handgriffe in der Küche oder ich tue mich nochmal schminken, weil ich merke, ach Mensch, ich habe noch Zeit, ich kann mich schminken. Ja, und es kommt natürlich alles immer drauf an, je nachdem, wie alt die Kinder sind, ob die Kinder gesund sind oder krank sind, aber da brauche ich euch nichts zu erzählen, das weiß jede Mama von uns. Das ist nicht immer gleich, aber überwiegend schon doch, ja, aber nicht, es gibt Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regeln, genau. Also, ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen und es war eine Inspiration und Anregung dabei für euch. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss! Also in dem Video, der Kamera sieht mal, sieht mal, sieht das Haar aus, als käme frisch vom Friseur. Die Haut, die strahlt auch immer, wie weil die nicht. Die Realität sieht überhaupt nicht so aus, das sage ich euch. Überhaupt nicht. Aber echt eine gute Kamera. Danke, dass du mich hübscher machst. Nett. Können das die Spiegel nicht? Oder die Spiegel sind nicht gut? Vielleicht sind die Spiegel nicht gut. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Was für eine Haut man hier hat. Man hat gar nicht so eine glatte Haut. Meistens sind da viel mehr Poren drauf. Naja.